Ich heiße Veronika. Mein Name ist Darko. Ich bin 29 Jahre alt. Ich bin 33 Jahre alt. 62 Jahre jung und bin Single. Single. Wie bitte? Ich glaube mittlerweile ist die halbe Welt im Internet unterwegs und sucht dort irgendjemand für irgendwas. Ich würde total gerne einfach mal neben jemanden sitzen und gar nicht großartig reden, sondern einfach nicht allein sein. Wir müssen die ja unter die Haube bringen. Jetzt machst du ein Jahr lang dieses Online-Ding und sagst, ich brauche einen Freund, ich brauche einen Freund. Ich beachte niemanden. Es ist jedem egal eigentlich. Wie geht es dir? Was machst du? Es interessiert niemanden. Erzähl mal lieber nur einmal von deinen drei Frauen. Alle guten Dinge sind drei. Von meinen drei Frauen. Selbstherrlicher Egoist, schwer zu haben, wird mehr Zuschriften kriegen, als dieses und ich suche. Und du suchst nicht. Ich will poppen. Nee, ich will nicht nur poppen. Ich will mehr als das. Ich will das gesamte Paket. Sag's. Ich habe das Gefühl, dass wir nicht so gut miteinander reden können. Ich habe jemanden kennengelernt. Er hat mir geschrieben, dass er nicht mehr, dass du nicht mehr in mich verliebt hast. Hallo. Hi. Hallo. Aber das eigentliche, also so ein teuflisches Angebot liegt in der Bequemlichkeit. Du kannst zu Hause sitzen, also ein paar Klicks, ja, und da kannst du dann auswählen zwischen 200, 300, 500 potenziellen Partnern. Und das ist natürlich nicht anstrengend. Es geht auch ganz stark in Richtung Wegwerfgesellschaft. Also, wo uns das interessiert, tschüss, next. Bis zum nächsten Mal.